Was geht? Oh, kleinen Moment mal, Telefon. Kleinen Moment, warte, warte, warte. Ja. Hallo? 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 Ist da der Huns? Wer ist denn da? Auf die Musikradio. Wer ist denn da? Hier ist der Hassan. Welcher Hassan? Der Hassan, Mann. Wie geht's dir? Oh, was willst du denn? Digga, ich bin gerade on air, Mann. Wie on air? Ja, ich bin on air. Hast du wieder geraucht? Nee, hast du ein Problem oder was? Ja, witz, einer Small. Du hast meinen Anruf ins Internet gestellt. Du warst es. Welchen Anruf, Digga? Ich habe gar nichts... Alter, ich gehe hier auf die Straße, pass mal auf. Ich gehe auf die Straße und die Leute sagen zu mir Einzeller, Alter. Was sagen sie? Einzeller. Was für ein Einzeller denn? Alter, dafür wirst du sterben. Bist du der Huns? Nein. Ich bin die Bettina. Ich bin die Schwester vom Huns. Du bist doch Huns, Mann. Nein, ich bin die Bettina. Nein, nicht Bettina, Mann. Der Huns. Du bist doch der Huns, der das ins Internet gestellt hat, der jetzt die Leute zu mir sagen, ich werde Einzeller. Verstehst du? Nein. Pass mal auf, ich bin hier... Ich habe das jetzt rausbekommen. Ey, pass... Von Black Music Radio oder was auch immer. Nee, pass auf, ich bin... Guck mal, ich bin hier gerade bei Black Music Radio on air, ne? Und ich mache kein Telefon mehr, sowas, weißt du? Ich habe damit aufgehört, weil ich hatte Angst, wo du angerufen hattest. Ja, das ist ja klar, dass du Angst hast. Ja, aber... Das ist ja ganz normal, Mann. Ich verfleisch dich. Nee, nee, weißt du, weil... Ja, klar. Nee, nicht weißt du, meinst du, hier gibt's kein Weißt du mehr. Weißt du, meine Freundin... Allgemein ist vorbei mit deinem Leben, Junge. Wie? Ich gehe auf die Straße, ich kann immer auf die Straße gehen. Da kommen Kinder zu mir, die sagen, guck doch mal, der Idiot da. Was, Idiot, Alter? Ja, und? Spucken sie auch auf... Was, Idiot hier, was? Nein, ey, pass auf. Guck mal, wir haben jetzt heute Freitag, ne? Es ist jetzt gleich 10 vor 7. Heute ist der 23. November. Aber, guck mal, ich meine, ja, wenn du Probleme mit Kindern hast, dann musst du vielleicht mal... Nee, 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 nicht Probleme mit Kindern, Alter. Die sagen, der Hund... Moment. Der sagt, du bist ein Idiot, du bist ein Kottel, du hast nichts draus, sagen die. Das muss ich mir von kleinen Kindern hören lassen, verstehst du das? Und du bist schuld, dafür zerfleisch ich dich. Ja, dann hast du vielleicht nichts drauf. Du hast nichts drauf, Junge. Du weißt gar nicht, wer hier ist? Am Telefon. Ja, Hassan, oder nicht? Ja, genau. Ja, und? Du hast da was in Internet gestellt, Junge, von Einzeller oder was, weiß ich auch, was immer. Ja, und? So geht das denn mit? Mensch, ich weiß, wo du wohnst, Itzenhö. Alter. Digga, Itzehoe, Mann, kennst du Itzehoe, ne? Ist vorbei, Mann, Itzehoe. Weißt du, Itzehoe ist neben New York. Das ist genauso eine Weltmetropole wie Manhattan und so weiter. Ey, pass mal auf, weißt du, wo Wittlich ist, Mann? Wer? Wittlich, Mann. Wittlich? Das ist mein Nachbar, so heißt er. Woher kennst du den? Was, dein Nachbar, Alter? Nicht zerfleisch dich, Alter. Nix, lach dir. Brauchst ganz doof zu lachen. Doch, mein Nachbar heißt Wittlich. Ja, okay. Ja. Das ist klar, Junge. Ich weiß, wo du wohnst. Ich füttert raus. Ja. Ich weiß das sowieso. Ich kenn deinen Bruder, Alter. Den Serkan? Ich wollt eigentlich dich verprüfen, aber jetzt hab ich mir andern überlegt. Ich verprüfe deinen Bruder. Ja, aber Serkan meint, er macht mit dir den Zweizeller. Was, Serkan, Alter? Was für Serkan, Mann? Nee. Hier ist kein Serkan. Doch, das ist mein Bruder. Der meint, äh, der meint... Nix, Serkan, Alter. Ich wollte erst dich schlagen, Alter. Ja, und? Aber jetzt, aber jetzt schlag ich deinen Bruder. Aber hast du aus zeitlichen Gründen nicht geschafft, ne? Halt, Mann! Hallo? Was? Das hast du aus zeitlichen Gründen aber noch nicht geschafft, mich zu schlagen, oder? Nee, nee. Wo weißt du gar nicht? Das Problem hier an der Sache war... Kein Busgeld, wa? Nee, nee, Moment mal. Das Problem hier an der Sache war, ganz einfach, ich wusste nicht, wer gemeint ist mit Einzeller. Ich weiß gar nicht, was Einzeller ist. Nee, das ist das vom Zweizeller. Was Zweizeller, Alter? Laber nicht. Du hast uns Internet gestellt. Du wirst sterben dafür. Hä? Ja, okay, tut mir leid, okay? Wie, tut mir leid? Du kannst dich nicht mehr entschuldigen. Es ist vorbei. Ich wollte dich schlagen, ich schlag aber jetzt deinem Bruder. Ja, und warum schlägt... Das ist ja klar, wenn du mal da wittig kommst, Alter, dann bist du tot, verstehst du? Ich fänd aber raus, wo du wohnst. Ja, soll ich rüber zu meinen Nachbarn gehen und klingeln? Nee, nix, dein Nachbar, Alter. Gut, verstehst du? Aber Serkan fährt los und findet dich. Du brauchst nicht kommen. Was, Serkan, Alter? Kannst du dir das Busgeld sparen? Serkan, Alter, was, Serkan? Ahan, oder was? Der soll hier hinkommen, wenn er was will. Ja, okay. Verstehst du? Okay, ich muss jetzt auflegen. Alter, Alter! Ey, Hasan, pass auf, komm einfach vorbei. Wir wohnen in Itzehoe. Ich wohne neben Familie Wittig und dann kommst du vorbei, okay? Alter, Junge, pass auf, ich finde, wer du bist. Dann hau ich nämlich deinen Bruder, Alter. Ganz einfach, vorbei, zick, zack. Ja, dann hau ich deine Kopftuch, Mama. Was, Kopftuch, Mama, Alter? Deine Mutter schluckt mehr als ein Siebener. Ja, und? Und deine Mutter ist schwarz und fährt den Bus vom A-Team. Na und? Und? Deine Mutter macht mehr 3er als BMW. Und jetzt? Ah, oh, BMW-Sprüche nur auf Lager, wa? Bist ja ein Killer, wa? 3er BMW, Alter. Ich bin schon, Junge. Okay, alles klar. Ey, in 10 Minuten kommt die Nässe an. Ey, ich muss jetzt auflegen, okay? Du kannst meinen Bruder... Ja, du kannst ja nämlich schon... Ich finde schon, wer du bist, Alter. Ich finde dich und dann ist es vorbei. Was, was, nochmal jetzt? Ich bin vorbei mit dir. Vorbei, okay, alles klar, ne? Ja, vorbei. Okay, ne? Dann grüß deine Frau und deine Mutter. Kein Thema, tschüss. Tschüss. Oh mein Gott, Leute. Ey, ohne Spaß. Der ruft dir einfach an, wann er meint, wann er will. Ohne Spaß, es kann einfach nicht angehen. Ey.